Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder auf diesem kleinen, kuscheligen, gemütlichen Kanal vorbeigeschaut habt. Es ist, jetzt kommt hier gerade ein schöner Wind, es ist zum Glück heute nicht mehr so unfassbar warm wie die letzten Tage. Ja, es ist frisch aufgenommen, es ist heute Sonntag, der 18.8., ihr seht es ja auch, dann wenn wir auf dem PC switchen. Ja, es ist wieder viel zu lange her seit dem letzten Video, aber das kennen wir ja nicht anders, ich bin faul. Ich hatte aber auch ein kleines bisschen zu tun mit meinem Label und auch natürlich mit meiner Arbeit, also mit meiner regulären Arbeit. Deswegen war mal wieder eine kleine Pause und heute ist auch ehrlich gesagt kein besonderes Video. Also wenn ihr euch jetzt hier heute erhofft, heute kommt hier ein 10 von 10 Video, nein, das ist leider nicht der Fall. Ich hatte aber einfach heute mal wieder Lust, beziehungsweise mir ist langweilig, weil meine Freundin heute, beziehungsweise am Wochenende, jetzt dieses Wochenende leider arbeiten muss. Und da habe ich mir gedacht, okay, bevor du faul rumsitzt und nur Gran Turismo 7 spielst, habe ich mir gedacht, kann man auch mal wieder ein Video für den eigenen YouTube-Kanal machen. Also, ich habe es gesagt, beziehungsweise, komm, wir schmeißen hier gleich hier den Call to Action rein. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, abonniert, bitte, sofort. Das freut mich und dann rettet ihr damit auch kleine Baby-Robben. Wenn ihr zum wiederholten Mal da seid, habt ihr die Baby-Robben schon gerettet und dann freut mich das natürlich genauso. Nein, Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, ich hatte zu tun. Ihr wisst es, in den letzten Monaten ist wieder grauton-technisch ein bisschen was passiert. Es ist, als erstes gab es ja die Vorbestellphase vom Po-Om, der jetzt in dieser schicken neuen Verpackung kommt. Und dann gab es ja auch noch den neuen Duft, den Grapefruit, der jetzt hier in dem Licht irgendwie leider nicht so cool aussieht, wie die Verpackung eigentlich hergeben würde. Aber ihr habt das wahrscheinlich schon irgendwo gesehen. Ja, die zwei Düfte, beziehungsweise der Po-Om ist ja letztes Jahr schon erschienen, den habe ich jetzt nochmal neu aufgelegt. Und der Grapefruit ist neu erschienen. Die sind erschienen, hatte damit relativ viel Arbeit. Ich kenne das zum Glück nicht so viel Arbeit wie letztes Jahr, weil ich ein paar Vorgänge einfach beschleunigen konnte und einfach mit ein bisschen mehr Erfahrung jetzt da diese gesamten Abläufe einfach mittlerweile schneller gehen. Auf dem Weg ganz herzlichen Dank an alle, an alle die, die sowohl den Grapefruit oder den Po-Om oder beide bestellt haben. Freut mich natürlich wirklich nach wie vor immens. Es kommen auch immer noch Bestellungen rein, gerade für den Grapefruit auch, weil jetzt ja so die richtige Zeit eigentlich ist im Sommer. Ja, an der Stelle ganz, ganz lieben Dank an euch und euer Feedback freut mich natürlich sehr. Wir gucken gleich mal, weil ich habe mir das gedacht. Heute bin ich wirklich faul und ich gucke mir einfach nur Sachen an, auf die ich mich nicht vorbereiten muss. Also gucken wir gleich mal auf Parfumo, wie es da so um den Grapefruit und auch den Po-Om von den Bewertungen her steht. Ich sehe gerade, ich muss nämlich hier bei Parfumo noch den Dark-Modus wieder einschalten, sonst ist das im Video nervig. Und ich mache mir auch schon mal den Grapefruit auf, nicht das Bild und mache dann auch schon mal den Po-Om auf und dann schauen wir da mal gleich rein. Ja, ansonsten, was gibt es bei mir? Neues Po-Om, Grauton-Technisch, Grapefruit-Technisch, wie gesagt, habe ich euch auf dem Laufenden gehalten. Freue ich mich drauf. Ich bin momentan am Entwerfen von einem neuen Duft, der schon in der finalen Stufe eigentlich ist. Da werden hier und da noch ein paar Stellschrauben gedreht und dann kommt er mit etwas Glück vielleicht Ende diesen Jahres raus, ansonsten Anfang nächsten Jahres. Es ist, soviel kann ich schon mal verraten, ein eher untypischer Grauton-Duft, weil er fast ein bisschen eher in eine femininere Richtung geht, weil eine Hauptnote bzw. ein Hauptinhaltsstoff ja wahrscheinlich eher im femininen Duftbereich angesiedelt sein wird, aber dazu an gegebener Stelle, wenn ich dazu mehr sagen kann. Wie gesagt, es ist aktuell einfach noch nicht spruchreif. Wir machen jetzt mal folgendes, wir switchen jetzt mal auf meinen PC und sehen da, wir sind beim Grapefruit angekommen und sehen da, der hat eine 8,4 bei 100 Bewertungen, wo ich sagen muss, 100 Bewertungen ist für mich dann doch schon relativ repräsentativ gewesen. Beziehungsweise ist repräsentativ. 100 Stimmen, da haben 100 Leute abgestimmt. Da denke ich mal, dass man bei dieser 8,4 von einer relativ souveränen Bewertung sprechen kann. Duft hat eine 8,4, Haltbarkeit 7,8, das freut mich, ich habe euch ja eigentlich gesagt, dass der auf meiner Haut sehr, sehr gut hält. Also ich habe den stellenweise, beziehungsweise ich nehme den stellenweise nach 10 Stunden noch wahr. Ich habe irgendwie bei irgendjemandem in einem YouTube-Kommentar gelesen, dass er nach zwei Stunden nicht mehr gerochen hat. Sorry Bruder, ja, also dann funktioniert scheinbar irgendwas mit dem Duft auf deiner Haut nicht, aber ihr seht es ja, 94 Bewertungen, 7,8. Also wenn wir, sage ich mal, aufrunden, ist es eine 8 und das ist für einen frischen Duft, sage ich mal, eine sehr gute Haltbarkeit. Silage 7,2, damit kann ich auch wunderbar leben, das ist kein Schreihals, das habe ich auch nie vorgehabt. Dafür ist die Konzentration von dem Duft auch viel zu hoch mit 25 Prozent. Ja, Lacombe, das weiß ich selber, das ist nichts Besonderes, was ich euch da anbieten kann momentan leider. Umso mehr freut es mich tatsächlich, dass ihr beim Preis-Leistungs-Verhältnis sagt, das ist eine 8,1, was ja bedeutet, umso höher die Bewertung hier, umso besser schätzt ihr das Preis-Leistungs-Verhältnis ein. Da hatte ich mir ja zu Beginn, ehrlich gesagt, ein bisschen Gedanken gemacht, wie das vielleicht ankommen wird, dass ich auf diese 30 ml runtergehe und dass ich den Preis anheben muss auf 65 Euro. Aber das habt ihr mir ja auch zu verstehen gegeben, dass ihr das trotzdem noch als relativ fair bepreist empfindet. Ja, und es gibt natürlich, wie bei jedem Duft, gibt es Vergleiche, die Leute haben abgestimmt. Manche sagen, er riecht ein bisschen wie der Aqua Amara. Ist auch ein Duft, den ich liebe, sehe ich allerdings tatsächlich nicht so ganz den Vergleich. Ich habe den Flakon auch hier, habe den auch letztens nochmal Probe gesprüht im Vergleich mit meinem Grapefruit. Ich sehe da persönlich jetzt nicht so die großen Ähnlichkeiten, außer dass es natürlich so diese leicht Aquamarine-Mandarinen-Note hat. Und dann der Afternoon Swim, da stimmen tatsächlich mehr Leute dagegen. Ich habe auch tatsächlich dagegen gestimmt, weil ich nicht wirklich finde, dass der wieder Afternoon Swim riecht. Und dann Forever Love, Limal Bright Edition und Torino 21, wo ich mir gesagt habe, Leute, Torino 21, ist das nicht dieser Zitrick-Duft mit sehr, sehr viel Minze? Also, na gut. Und wie gesagt, es gibt schon ein paar Rezensionen zu dem Duft und es gibt auch etliche Bewertungen von dem Duft. Hier ist mal ein Ausreißer dabei mit einer 6 nur oder mal 6,5, aber ansonsten 8, 8,5. Irgendwie müssen wir ja auf diese 8,4 da kommen. Deswegen, es freut mich wirklich, freut mich wirklich sehr, sehr, wie ihr den Duft aufgenommen habt. Beim Pro-Um sieht es nicht anders aus, da sind wir mittlerweile bei 303 Bewertungen. Das ist also, sage ich mal, nochmal ernster zu nehmen irgendwo. 8,4 bin ich super stolz drauf, gerade bei so einem Duft, der, sage ich mal, wirklich eine sehr, sehr kleine Nische anspricht. Also, die Leute, die auf, ja, die Leute, die auf Vintage-Düfte, die sich so in den 80ern orientieren, auf die, äh, die Leute, die auf solche Dufte, die Leute, die auf solche Düfte stehen, freut mich das natürlich sehr. Windows-Sicherheit, kein Thema, wir sind sicher. Und, ja, da sind wir, Haltbarkeit, 8,1, freut mich auch extrem, äh, habe ich mir auch irgendwann mal Gedanken gemacht, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ich switche auch nochmal zurück, ähm, das Problem ist, wenn man selber einen Duft erstellt, wirst du irgendwann, wenn du den ganzen Tag oder Wochen und Monate an dem Duft arbeitest, wirst du gegenüber diesem Duft irgendwann so duftblind, dass du nicht mehr einschätzen kannst, wie hält der jetzt, wie strahlt der aus. Weil du nichts anderes riechst, als diesen Duft, wenn du die ganze Zeit an dieser Formel rumarbeitest, um kleine, um irgendwelche Schräubchen zu verstellen, um den Duft noch ein bisschen zu optimieren. Deswegen freut es mich, dass auch die neuen Käufer mir das bestätigt haben, dass der eine super Haltbarkeit hat, weil, da habe ich euch ja gesagt, ich hatte, ähm, ich hatte einen Lieferantenwechsel, was die ganzen Rohstoffe betrifft. Ich habe jetzt unter anderem die Citrus-Öle von einem, äh, Lieferant aus Italien, der unter anderem auch Creed, Golan und, ja, diese ganzen großen Dufthäuser beliefert. Und die Qualität von diesen, die Qualität von diesen Ölen ist wirklich schon herausragend. Und das, ich bin der Meinung auch, das riecht man im Pro-Om speziell, weil ich da ja den Vergleich habe zu den ursprünglichen Ölen. Und ich finde, beim Pro-Om ist es tatsächlich so, ähm, ich will natürlich jetzt nicht die Ursprungs-, beziehungsweise die erste Version vom Pro-Om schlecht reden. Der riecht meiner Meinung nach auch immer noch richtig, richtig, richtig gut. Das Problem ist nur, dass diese neuen Citrus-Öle meiner Meinung nach den Duft noch mal ein bisschen geöffnet haben, ja. Er ist, das haben ja auch ein paar Leute geschrieben, er ist smoother geworden, also er ist runder geworden. Ich finde auch tatsächlich, dass er vom Dufteindruck, also vom Profil, dass er, ihr müsst euch das so freuen, Also ich habe mir das so erklärt, beziehungsweise ich empfinde das so, dass der Dufteindruck so wirkt, als wäre der ursprüngliche Batch-Pro-Om ein HD-Bild. Und der neue Pro-Om mit den neuen Rohstoffen ist ein 4K-Bild. Wirkt für mich gestochener, schärfer. Ich finde, man merkt die Konturen der einzelnen Rohstoffe mehr. Ja, es wirkt alles klarer, ein bisschen so, als wäre so ein Vorhang, als hätte man einfach so ein Vorhang aufgezogen und man sieht einfach wirklich jetzt das komplette Bild, was der Pro-Om eigentlich darstellen will. Deswegen hat mich das sehr gefreut, dass das auch bei euch so angekommen ist. Ja, und ansonsten bin ich natürlich super begeistert über die bisherige Resonanz. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ein Video zum Grapefruit zu machen. Vielleicht mache ich das auch, vielleicht lassen wir das jetzt hier auch als Video für den Grapefruit durchgehen. Und ich nenne es einfach, ich gucke mir die tollen Bewertungen meines Duftes an. Oder irgendwie so in diese Richtung. Ich weiß es nicht, ich habe einfach wirklich nicht genug Zeit gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, er verkauft sich auch so gut, dass ich sehr zufrieden damit bin und dass ich da keine Bauchschmerzen habe, dass ich den doch noch veröffentlicht habe, was ich ja eigentlich letztes Jahr schon vorgehabt hatte, wo ich dann einfach nicht die Zeit hatte und auch einfach nicht die Muße hatte, weil ich da so ein bisschen in so einem kreativen Loch stecken, ja, in so einem kreativen Loch festgesteckt habe. Deswegen, ja, es kommen, ich verspreche das jedes Mal, deswegen, ihr braucht darauf überhaupt nichts mehr zu geben, das wisst ihr. Aber ich hoffe, es kommen in den nächsten Wochen immer mal wieder ein paar mehr Videos. Ich habe auch ehrlich gesagt mal wieder ein bisschen mehr Lust, mich mit anderen Düften zu beschäftigen und mir das vielleicht mal ein bisschen anzugucken. Es wird auf jeden Fall noch ein Video mit dem Lars geben, mit dem Blubini. Das ist wirklich ein ganz, ganz lieber Kerl. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh, dass wir uns da so kennengelernt haben und dass das einfach wirklich meiner Meinung nach ein Austausch auf Augenhöhe ist, weil er einfach wirklich extrem viel auch vom Thema Duft versteht und auch, ich kann es ehrlich dazu sagen, nicht so ein versnobbter Idiot ist, wie die meisten anderen auf YouTube, will da niemandem zu nahe treten. Aber, ja, Lars ist einfach wirklich auf dem Boden geblieben, sieht das auch als Hobby an und nicht irgendwie als große Lebensaufgabe, hier die Leute zu belehren oder die Leute zu influenzen durch den neuesten Parfüm de Mali oder was ist eigentlich aktuell so, die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Gibt es da irgendwie was? Es war ja mal eine Zeit lang Parfüms de Elma, die jetzt auch relativ prominent überall gefeatured werden. Was hatten wir sonst noch in letzter Zeit? Ja, das können wir uns mal als nächstes Video mal angucken, mal so ein paar Rückblicke auf Marken, die zurzeit irgendwie ganz hoch im Kurs stehen. Und da rede ich jetzt nicht über Latafa, die den 130.000. Gourmand rausbringen, der nach Zuckerwatte oder Vanillepudding riecht. Aber wenn man so riechen will, ist das natürlich sicherlich eine tolle Alternative. Ja, wir können uns vielleicht mal in einem aktuellen Video mal so ein bisschen diese Hypes angucken, die zurzeit so am Parfümmarkt herrschen. Da wird sicherlich Parfüm de Elma auch irgendwo erwähnt werden müssen. Und das soll es ansonsten für heute gewesen sein. Ich spiele mal meine Outro-Musik, weil ich da mal wieder richtig Bock drauf habe. Ja, hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier heute an einem Sonntag, wo es mal nicht so warm ist, wo ich auch nicht im Freibad bin, und wo ich auch mal nicht Fahrrad fahre, weil es draußen gerade regnet. Verdammte Scheiße. Dass wir uns hier mal wieder gesehen haben. Freut mich, dass ihr in das Video reingeklickt habt. Vielleicht habt ihr es auch nicht und dann ist es halt auch so. Und wünsche euch auf dem Weg ein schönes Wochenende. Wir sehen uns und wie gesagt, bis dahin macht's gut. Einfach. Ciao. Ciao.